Heute werde ich mich noch mal zu dem Thema Impfung äußern. Wir hatten vor einigen Wochen dazu einen Livestream gemacht. Der ist auch bei dem Beschreibungstext, den du unten findest. Unterhalb des Videos ist der auch verlinkt, wenn dich das weiter interessiert, wenn du da weiter einsteigen willst. Und es ist jetzt mal sozusagen ein Update dazu. Also ich gehe jetzt nicht in alle Details da rein, aber ich hatte auf dem Herzen wirklich noch mal was dazu zu sagen. Ganz wichtig, wir sind keine Mediziner, wir geben keinen medizinischen Rat. Ja, wir tun hier in keiner Weise irgendwie uns da äußern oder festlegen. Es ist nur etwas, wo wir sagen, beschäftige dich etwas ausführlicher mit dem Thema. Schau mal etwas weiter als nur das, was du in den Mainstream-Medien findest, sondern sei vernünftig, sei schlau und schau mal, ob es da nicht noch weitere, wichtigere Infos gibt. Für uns persönlich, für mich persönlich ist das Ganze eine durchaus wichtige Frage, weil wir haben einen Impfschaden bei uns in der Familie, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Mein eigener Bruder, zwei Jahre jünger als ich, ist durch einen Impfschaden, als er ein Jahr alt war, geistig behindert geworden, ist seit vielen Jahren bei der Lebenshilfe untergebracht und ja, ist im Grunde genommen durch die Impfung geistig behindert worden. Das heißt, wenn man sowas in der Familie hat, sieht das Thema auch mal schon mal anders aus, weil man eine ganz andere Lebensstory damit hat, ganz andere Erfahrungswerte. Ja, also wenn irgendjemand mir kommt und erzählt, Impfung ist alles unproblematisch, da habe ich meine eigene Meinung, einfach aufgrund von dem, was wir als Familie da auch durchgemacht haben, meine Eltern und meine Geschwister in dieser ganzen Situation. So, aktuell ist es so, dass sich viele Christen, und das merken wir auch an den Gebetsanliegen, die bei uns reingehen, in einem Dilemma befinden. Ja, und zwar ist das tatsächlich das Dilemma mit der Impfung. Ja, nein, vielleicht, wie gehe ich damit um, was mache ich damit? Und es ist so, aktuell, geistliche Leiter, Pastoren, auch bekannte Pastoren, auch Pastoren von großen Gemeinden, fordern zu einem Gehorsam der Obrigkeit gegenüber auf, also wirklich auch kompromisslosen Gehorsam, zur Unterordnung unter allen Maßnahmen. Wie gesagt, begründen das häufig mit Römer 13 und legen das entsprechend aus, befürworten die Impfung, bewerben teilweise die Impfung regelrecht. Und manche Gemeinden, da dürfen auch die Mitarbeiter nur noch mit einem negativen Test überhaupt zum Arbeiten kommen und so weiter. Und jetzt ist die Sache die, wie geht man damit um? Und wenn Pastoren sich dazu sehr positiv äußern, dann ist es natürlich so, dass die Christen sagen, ach, danke, dass du mir diese Richtung gibst, danke, dass ich weiß, das ist in Ordnung, ich werde mich jetzt impfen lassen und das ist alles super. Wenn der Pastor das sagt, dann stimmt das auch. Und ich habe festgestellt, es gibt nicht sehr viele Stimmen in der Christenheit momentan, oder ich habe zumindest nicht viele gefunden, die da ein bisschen sagen, Moment mal, Moment mal, langsam, langsam, schau mal ein bisschen genauer hin, sei mal ein bisschen vorsichtiger, so ein bisschen warnend, ja, so ein bisschen zurückhalten, die sagen, ey, spring da nicht sofort drauf, sondern schau mal genauer, ja. Und bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass häufig eine ganz besondere Bibelstelle zitiert wird, die das Ganze, sagen wir mal, so fast als unbedenklich dann erklärt. Und die kennst du wahrscheinlich, das ist in Markus 16, das ist eingebettet in den großen Missionsbefehl Jesu, Vers 17 und 18. Ich lese das mal vor. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Halleluja. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Schon mal gut, ich hoffe, das tust du. Ja, sie werden in neun Sprachen reden. Ich hoffe, das tust du auch, ja. Sie werden Schlangen aufheben. Okay, das tue lieber nicht. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Okay, hier haben wir also diese Aussage, wenn du etwas Tödliches trinkst, sagt Jesus, es wird dir nicht schaden. Und das wird so verstanden, wenn jetzt die Impfung also schädlich ist, dann schadet ihr ja nichts. Hat ja gar keine Macht darüber. Also entweder wirkt sie oder sie wirkt nicht. Ja, also das ist schon mal ein Thema, wo man genauer gucken soll. Aber diese Aussage wird häufig genommen und sagt, wenn da irgendwas Schädliches ist, es kann dir gar nichts tun. Ich glaube, dass das eine missbräuchliche Verwendung dieser Bibelstelle ist und dass das nicht gemeint ist. Weißt du? Denn wenn man das so auslegt, dann kannst du alles rechtfertigen. Es geht ja hier um Trinken, ja. Also Alkohol trinken, extremer Alkoholgenuss, nach der Bibelstelle kannst dir, wenn du wiedergeborener Christ bist, nicht schaden. So steht es ja hier. Wird ihnen nichts schaden. Okay, Alkohol ist nicht tödlich. Stimmt auch wieder. Ist die Impfung tödlich? Ei, ei, ei. Da bewegt man sich auch schon wieder auf einem schwierigen Gebet. Was ist mit Drogenmissbrauch, mit Medikamentenmissbrauch und so weiter? Hat das dann wirklich keine Auswirkung, Gifte in Nahrungsmitteln? Je nachdem, wie weit man dieses ganze Thema spannt, kannst du eigentlich sagen, eigentlich brauchst du dann als Christ auf gar nichts mehr zu achten. Es ist vollkommen wurscht, was du in dich aufnimmst, was du nimmst und so weiter. Und ist egal, es kann dir gar nichts schaden. Und wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Wir alle wissen, dass die Bibel uns auffordert, auf uns zu achten. Ja, gerade bei dem, was wir an Nahrung aufnehmen und so weiter, vorsichtig zu sein und so weiter. Und tonnach wird diese Bibelstelle auf die Impfung bezogen wie ein, egal was passiert, alles ist gut, so ein richtiger Freifahrtschein. Weißt du, die letztlich einzige Parallelstelle, die ich in der Bibel dazu finde, ist in Apostelgeschichte 28. Und das war, als Paulus nach dem Schiffbruch dann dort auf dieser Insel war und die haben dann, waren alle gerettet und haben dann Feuer gemacht. Und wir hatten neulich schon mal über die Geschichte gesprochen. Er hat dann Holz zusammengeholt, auf dieses Feuer legen wollen und da ist eine Schlange rausgekommen, hat ihn in die Hand gebissen und er hat die einfach abgeschüttelt ins Feuer. So, und die hat ihm nichts getan. Und das war ein mächtiges Zeugnis für die Insel, also für die Bewohner da, die Einheimischen. Ja, so, das ist etwas, was da als Parallelstelle verwendet wird. Nun, das war eine teuflische Attacke. Eine Schlange, die ihn attackiert hat, die ihn angegriffen hat. Von meinem Verständnis ist das was anderes, als wenn man sagt, okay, ich lasse mir freiwillig hier etwas einspritzen. Gut, also das ist schon mal eine Bibelstelle, da solltest du genauer gucken und nicht einfach das so übernehmen, wenn von mir aus der Pastor oder sowas das einfach so gebraucht. Hinterfragen. Und das Ganze hat ja auch ein Riesenspektrum. Weißt du, auf der einen Seite gibt es eine Menge Pastoren, die jubeln darüber, die sind happy darüber, die danken dem Herrn tatsächlich für diese Impfstoffe, für die Mittel, für die Möglichkeiten, weil sie sagen, das ist die Antwort Gottes auf diese gefährliche Corona-Krise. Das ist das, was der Herr uns schenkt. Wir sind allen, die da irgendwie mitbeteiligt sind, so dankbar. Auf der anderen Seite gibt es Christen, die sagen, Leute, genau das ist das Zeichen des Tieres. Das ist das, was genau diese Tür öffnet für das Zeichen des Tieres, für das Mahlzeichen. Das ist etwas, was für jeden, der sich damit einlässt, fürchterliche Konsequenzen haben wird. Und in dem Spektrum stehen wir. Das sind unterschiedliche Ansichten von Bejubeln und völlig annehmen bis hin zu komplett, also wirklich verteufeln. Und in diesem Spektrum stehen wir. Und da versuche ich jetzt noch ein bisschen Hilfe dir einfach zu geben, damit du dich zurechtfinden kannst. Zuerst mal möchte ich dir hier ein Bild zeigen. Dieses Diagramm, das zeigt die gemeldeten Impfnebenwirkungen. Gemäß einer Statistik aus der Europäischen Datenbank von dieser Arzneimittelagentur. Und zwar bis einschließlich März. Die ist relativ bekannt, die ging in den Social Media ganz schön rum. Und hier siehst du einfach, dass das ansteigt. Das ist, wie gesagt, bis März. Nun, dazu muss man natürlich fairerweise sagen, vorher wurden auch nicht so viele Leute geimpft. Dadurch, dass die Impfungen natürlich extrem angestiegen sind, sind auch die Nebenwirkungen logischerweise angestiegen. Also das ist etwas, wo man sagt, gut, da muss man vielleicht ein bisschen das Ganze auch von der Quantität der Impfungen her in Relation setzen. Andererseits ist es so, dass es wirklich Tausende und Tausende und Tausende von Fällen, von Nebenwirkungen gibt. Und je nachdem, was du in Social Media für Kanäle abonniert hast oder wo du dich informierst, dann kriegst du auch Informationen, was da alles abgeht und wie fürchterlich das teilweise ist und welche Todesfälle gibt und so weiter. Das ist ein anderes Thema, weil man weiß nicht wirklich, was ist News, was ist Fake News, wo wird wie irgendwas behauptet. Schwieriges Thema. Aber dennoch ist absolut 100% richtig, es gibt Nebenwirkungen. Und es gibt Tausende und Tausende und Tausende und Tausende von Nebenwirkungen. Ja, von Fällen, wo es Nebenwirkungen gibt. Wenn dir irgendjemand erzählt, ist völlig harmlos, passiert sowieso nie was, es gibt nur in ganz wenigen Ausnahmen irgendwelche leichten Reaktionen, glaubst nicht. Ich war heute, heute an diesem Tag auf der Seite der Europäischen Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimitteln-Nebenwirkungen. Schöner Titel, ne? So, da habe ich nach langem Suchen, also diese Seite hier irgendwo gefunden, ist verlinkt unten, wenn dich das interessiert, kannst du das im Beschreibungstext finden. Also, Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle und da muss man sich da so ein bisschen durchhangeln, weil da gibt es Tausende und Tausende von Medikamenten und so weiter. Und unter C findet man dann eben die Covid-Impfstoffe. Da muss man dann lange runterscrollen, bis man das gefunden hat. Und hier ist der Stand vom 24. April. Ja, das war der Stand vom 24. April. Da sind vier von den Impfstoffen, die jetzt hier in Europa eben verabreicht werden, sind genannt. Der eine ist noch gar nicht zugelassen. Ich denke, das ist die Testphase, was da berichtet wird. So, und da haben wir hier, ich zeige dir das mal, die Eintragungen. Da siehst du hier zuerst mal, das ist Pfizer-BioNTech. Und ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, hier gibt es laut der Statistik vom Stand 24. April 151.306 gemeldete Fälle von Nebenwirkungen. Das nächste ist hier Moderna. Das ist nach aktuellem Stand vom 24. April 17.625 Nebenwirkungen. Was hier nicht steht, ist natürlich die Menge, wie gesagt, der verabreichten Dosen. Da hat man auch die Quantität wieder nicht. Das ist leider hier nicht erfasst. Aber du siehst schon, das ist also nach verschiedenen Regionen, nach Männer und Frauen und so weiter aufgeteilt. Das dritte hier ist AstraZeneca. Da gibt es nach diesem Stand von der Europäischen Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen 184.833 Fälle von Nebenwirkungen, die gemeldet worden sind. Und als viertes, das ist, hier steht Janssen, das ist die Firma Johnson & Johnson. Das sind nur 413, aber wie gesagt, der Impfstoff ist noch gar nicht freigegeben. Der befindet sich noch in der Phase, wo der genehmigt werden muss. Also insgesamt sind das hier Stand heute, beziehungsweise Stand 24. April, über 350.000, genauer gesagt 354.177 gemeldete Fälle. Gemeldete Fälle in Europa, wo es Nebenwirkungen nach der Impfung gab. So, das ist nur die offizielle Zahl der Gemeldeten. Die Dunkelziffer, die Ziffer, wo irgendwelche Leute halt an irgendwas versterben oder irgendwelche Probleme bekommen oder irgendwas, die ist hier natürlich nicht drin. Das ist die offizielle Zahl und das ist keine kleine Zahl. 350.000 Leute, die über irgendwelche Nebenwirkungen so klagen, dass sie das schon mal melden, ist was. Also es ist nicht so, dass das alles easy peasy ist. Es gibt Nebenwirkungen, es hat Konsequenzen, es kann Folgen haben und es ist gut, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Wer behauptet, es gibt es nicht, das ist grob fahrlässig, grob fahrlässig. Das muss man also einfach mit einkalkulieren, ja. Gut, ich habe einen befreundeten Arzt gebeten, mir einfach mal den aktuellen Stand so ein bisschen zusammenzupacken. Was ist da jetzt die Situation mit deren Zulassungen und so weiter? Und der hat mir das schön aufgeschrieben und der hat mir den Stand heute mitgeteilt. Bislang wurde bei keinem der in Umlauf befindlichen Impfstoffe für Covid eine offizielle Zulassung erteilt. Es gibt weltweit sieben Impfstoffe, die verabreicht werden an Menschen diesbezüglich. Und da ist der Zulassungsstatus ganz unterschiedlich. Die mRNA-Impfstoffe, das sind die mit dieser Genthematik, das ist von Moderna und von BioNTech-Pfizer, die sind in der EU bedingt zugelassen. Die haben eine sogenannte bedingte Zulassung. Dann gibt es das Material von AstraZeneca. AstraZeneca, das hat auch eine bedingte EU-Zulassung, ist aber komplett anders aufgebaut. Das nennt man einen Vektor-Impfstoff, sag gleich noch was dazu. Dann gibt es noch einen Vektor-Impfstoff, das ist der von Johnson & Johnson. Der hat noch keine Zulassung, die ist allerdings beantragt. Und dann gibt es zwei Firmen noch in Russland und in China, die haben in ihren Ländern nur eine Notzulassung. Okay, und die für die Lebens- und Arzneimittelüberwachung zuständige US-Behörde hat lediglich eine notfallmäßige Verabreichung zugestimmt, was Pfizer und Moderna betrifft. Ja, und wie gesagt, das entspricht dem, was in der EU auch ist. Und in dem Verlauf der nächsten zwei Jahre soll dann geprüft werden, ob der Nutzen größer ist oder das Risiko größer ist. So ist die aktuelle Vorgehensweise. Das muss man also immer berücksichtigen. Wir befinden uns hier also nur in der Phase einer bedingten Zulassung und einer Notfallzulassung. So, und das ist nicht ganz unproblematisch, weil nämlich aufgrund dieses Zulassungsstatus ist es so, dass die Frage ist, ist eine Frage, ja, ich sage nicht, dass das so oder so ist, es ist eine Frage, wie ist das mit dem Versicherungsschutz, ja, dass die Firmen draußen aus der Haftung, das ist ja allgemein inzwischen bekannt, aber wie ist das mit den Krankenkassen, übernehmen die das, ja. Und es ist unklar, ob die Krankenkassen oder in welchem Maße die Krankenkassen da diese Impfschäden übernehmen können oder sollen oder müssen, wie weit das verpflichtend ist. Kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Bei der Firma AstraZeneca, darüber hatte ich beim letzten Mal schon gesprochen, ist es auch so, da gibt es sogenannte fetale Zelllinien. Das heißt, das wird auf menschlicher Substanz, auf menschlichen Zellen wird das Material entwickelt und auch produziert. Also fetal von Fötus, das ist angeblich aus einem in den 50er Jahren abgetriebenen Baby in den USA, wo das dann einfach als Zellmaterial immer wieder weiterverwendet wird. Und dieser Stoff ist also auf menschlichen Zellen gezüchtet. So, wie weit du das als Christ akzeptierst oder nicht, bleibt dir überlassen. Das muss jeder selber sehen, wie weit er das verantworten kann. Aber dazu muss man sagen, dass auch normalere Impfstoffe, also die überhaupt schon verabreichert werden, auch auf diesen fetalen Zelllinien basieren. Also das ist hier kein Einzelfall. Ganz normale Impfstoffe, die verabreicht werden, bei denen ist das auch so. Also da muss man dann auch tiefer einsteigen, wenn man sich mit der Thematik wirklich beschäftigen möchte. Unser Arzt schreibt weiter, Covid-19, also die Krankheit, macht Gerinnungsstörungen. Das führt zu Thrombosen und zu Embolien. Und das Problem ist, dass die Impfstoffe, die natürlich dann den Körper anregen, das Immunsystem darauf entsprechend zu reagieren, dass das natürlich ähnliche Probleme auslösen kann. Dass auch dort Gerinnungsstörungen auftreten. Und er sagt, diese Gerinnungsstörungen sind als Impfschäden bei allen Herstellern aufgetreten. Gut, und da hat er mir was Interessantes gesagt. Bei den Firmen AstraZeneca und bei Johnson & Johnson, wie gesagt, was noch gar nicht auf dem Markt ist, wurden diese Gerinnungsstörungsprobleme mit einem sogenannten Rote-Hand-Brief öffentlich gemacht. Das ist also ein Brief, wo irgendeine Warnung an die Ärzteschaft rausgegeben wird, weil irgendetwas ist. Das ist die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, der Wissenschaftliche Fachausschuss, der Bundesärztekammer, irgendwas. Und die haben rote Handbriefe. Ich habe davon noch nie was gehört, aber er ist Arzt und kennt sich aus. Und er hat mir diese beiden roten Handbriefe mal geschickt. Und die kannst du dir, wenn es dich interessiert, anschauen. Unten sind in den Beschreibungstext zwei PDFs verlinkt. Dann kannst du das mal sehen. Und ich habe mir mal hier das angesehen, jetzt bei dem einen von Fax C4a im April 2021. Da heißt es Covid-19-Vakzin AstraZeneca. Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Auftreten von Thrombosen in Kombination mit Thrombozythopenie. Der geehrte Damen und Herren, im Einvernehmen mit der Europäischen Arzneimittelagentur und dem Paul-Ehrlich-Institut möchte sie die AstraZeneca GmbH über Folgendes informieren. Und dann gibt es hier alle möglichen Punkte. Und der erste ist ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfungen mit Fax C4a und dem Auftreten von Thrombosen in Kombination mit Thrombozythopenie wird als plausibel angesehen. Und dann geht das weiter, ist ein dreiseitiger Brief. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, schau es dir mal an. Es geht einfach darum, Informationen zu sammeln, um eine gute und weise Entscheidung treffen zu können. Gut, ein anderer Punkt ist, dass aus Daten des Robert-Koch-Institutes sich entnehmen lässt, dass seit dem 27. September 2020, als die Impfungen begonnen haben, in 88 von 412 deutschen Landkreisen, so schreibt er hier, eine mindestens achtfach erhöhte Sterberate bei den über 80-Jährigen festzustellen ist. Gut. Und er sagt, da ist zu vermuten, dass diese Thrombose-Problematik eine Rolle spielt. Und in diesen rote Handbriefen steht auch drin, dass diese Gerinnungsstörungen noch Wochen nach der Impfung auftreten können. Inzwischen wird auch davor gewarnt, dass Leute, die Allergie haben, sich bitte nicht impfen lassen sollen. Scheinbar, weil man da auch irgendwelche Feststellungen gemacht hat, dass das gefährlich sein könnte. So, soweit also unser befreundeter Arzt. Und dann ist natürlich tatsächlich eine interessante Frage, wie ist das denn jetzt mit dieser Haftung? Die Impfhersteller sind frei von der Haftung. Ja, und dann gibt es ja noch die Sache, wer ist denn jetzt Ansprechpartner, wenn irgendwas passieren sollte? Ja, und da gab es bereits im Januar eine Sache, die im Internet rund ging. Und zwar ging es dort um eine E-Mail, die hat irgendjemand an die Technikerkrankenkasse, die zum weiß nicht wievielten Mal als die beste deutsche Krankenkasse gewählt worden ist, aktuell geschrieben. Und der hat einen Brief bekommen, also schriftlich eine Antwort per Post von der TK. Da haben wir dir ein Bild mal hier dabei, das ist leider schlechte Qualität. Das ist auf den 18. Januar 2021 datiert. Wie gesagt, und da antwortet ein Kundenberater auf diese E-Mail folgendermaßen. Die Corona-Impfungen werden nicht durch die Krankenkassen, sondern durch die einzelnen Bundesländer organisiert und durchgeführt. Mögliche Folgeschäden werden daher auch nicht von der Technikerkrankenkasse getragen. So, das hat natürlich für Wirbel gesorgt, weil, was heißt das? Ja, mögliche Folgeschäden ist ja auch schwammig formuliert. Betrifft das schon Behandlung oder sowas? Ganz schwierig. Und dann kam Konkotz drauf, eine Woche später, am 25. Januar, eine Stellungnahme von der Technikerkrankenkasse. Und dort hieß es, ja, es ist ein offizielles Dokument der TK, das an diese Person versandt worden ist. Allerdings wäre es nur an diese eine Person versandt worden, dieser Brief. Und dann hat die Technikerkrankenkasse gesagt, die Information in dem Schreiben ist falsch. Einem Mitarbeiter sei ein Fehler unterlaufen. Wir möchten Folgendes richtigstellen. Treten infolge der Impfung gegen das Coronavirus in Einzelfällen Impfschäden auf? Übernehmen wir die entsprechenden Behandlungskosten selbstverständlich über die Versichertenkarte? Na gut, das klingt schon mal gut. Andererseits ist das eben auch nur eine Stellungnahme von irgendeinem Mitarbeiter. Ein offizielles, sagen wir mal, Statement habe ich nicht gefunden. Also das bleibt erst mal bei einer Behauptung und dann hier diese Gegenmaßnahme. Wenn jemand aufgrund der Corona-Impfung einen Folgeschaden erleide, klärt die Technikerkrankenkasse mögliche Schadensersatzansprüche direkt mit den Behörden. Aha, die sind da scheinbar für ansprechbar. Und den Impfstoffherstellenden, die sind eigentlich draußen aus der Haftung, dachte ich, oder gegebenenfalls anderen Kostentragenden ab. Das könnte beispielsweise die Bundesrepublik sein. Außerdem hätten die Versicherten unter Umständen Haftungsansprüche auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, so die Sprecherin. Also unter diesem Gesichtspunkt würde ich sagen, frag mal bei deiner Krankenkasse nach, wie das ist. Und dass sie wirklich, also wirklich, wirklich, tatsächlich die Kosten für irgendwelche Folgeschäden, welchem Level auch immer, Behandlung, sonst was, tatsächlich übernehmen. Also auf diese kleine Aussage würde ich mich jetzt nicht verlassen. Das würde ich mir schon gerne nochmal schriftlich geben lassen von der Krankenkasse. Ich rate dir einfach, stimme es vorher ab. Weil nach meinem Verständnis sieht man sonst hinterher so eher in der Position aus, dass du Privatpatient bist, weil du vielleicht irgendwelche Sachen selber zahlen musst. Ich weiß es nicht, aber ich würde es auf jeden Fall abklären. Weil das ist schon unter Umständen dann etwas, was tatsächlich langfristig auch wirklich problematisch aussehen kann. Also da auch nicht das einfach vom Tisch wischen und gering achten. Und dann gibt es natürlich das super, super Musterland für Impfungen. Und das ist diesmal erstaunlicherweise Israel. Israel, hast du bestimmt schon mitgekriegt, ist mit Pfizer einen großen Deal eingegangen. Man hat für nicht mal neun Millionen Einwohner gleich 36 Millionen Dosen Impfstoff besorgt. Und inzwischen sind über 50 Prozent der Bevölkerung schon geimpft. Hier habe ich dir eine Impfstatistik mitgebracht. Und hier siehst du auf dieser Impfstatistik, die ist vom 26.04. Siehst du, ganz, ganz oben als schwarze Linie Israel. Und der dritte von unten, der dritte von unten, so rot-braun, das ist Deutschland. Wir sind da also auf einem ganz anderen Level. Deutschland hat eine Durchimpfungsrate aktuell am 26. April von 7,2 Prozent. Israel von über 58,6 Prozent. Also das sind ganz aktuelle Zahlen. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie das in Israel so aussieht. Und da ist es so, da gibt es ja diesen grünen Impfpass. Der grüne Impfpass, der Kanzler Kurz aus Österreich ist da ja sogar schon hin, hat sich da informiert, wie das mit dem grünen Impfpass aussieht. Und es ist so, dass dieser Impfpass für Geimpfte tatsächlich inzwischen Bereiche des öffentlichen Lebens ganz massiv bestimmt. Viele Sachen sind tatsächlich nur den Geimpften, die diesen Impfpass haben, zugänglich. Und es ist sogar so, dass Arbeitgeber heute schon das Recht haben, diesen grünen Impfpass zur Bedingung für das Arbeitsverhältnis zu machen. Also wenn du den nicht hast, bist du aus dem Arbeitsverhältnis sozusagen irgendwie draußen. Keine Ahnung, wie das mit Kündigungsschutz ist oder sonst was. Aber momentan ist das tatsächlich ein Riesenthema für viele Leute. Und es ist so, dass man noch alle 48 Stunden einen Test vorweisen kann, um zur Arbeit zu kommen. Einen negativen Corona-Test. Aber wie gesagt, die Frage ist, wann beziehungsweise ob dieser grüne Pass tatsächlich zur Pflicht wird. Inzwischen ist es wohl auch so, dass da schon Bonusse gegeben werden und Gutscheine, wenn man sich impfen lässt. Und auf der anderen Seite eben Leute, die das kritisch sehen, die sich nicht impfen lassen wollen, Impfverweigerer tatsächlich Nachteile haben, gezielt auch manchmal bedroht werden und so weiter. Gut, das muss man dann sehen. Und das Uncoole ist, dass in Israel wohl aktuell über tatsächlich eine Zwangsimpfung diskutiert wird. Ja, und vielleicht hast du schon gehört, dass die offiziell vom Regierungschef her die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die Impfverweigerer als der neue Feind Israels ganz offiziell und öffentlich bezeichnet werden. Der neue Feind Israels ist also nicht von außen, sondern das sind die Leute, die die Impfung kritisch sehen. Gut, das führt natürlich dazu, dass das Gemeindeleben in den christlichen Gemeinden entsprechend sich gestaltet. Und da ist es so, bei größeren Versammlungen, dass dieser grüne Pass zur Pflicht wird, sonst kommst du gar nicht rein. Du kannst den Gottesdienst nicht teilnehmen, wenn du das nicht hast. Das gilt auch für messianische Gemeinden. Ja, vor allen Dingen bei den Größeren. Jetzt ist es sehr interessant, dass dieser grüne Pass, der hat ganz vor kurzem einen neuen Namen bekommen. Der wurde umbenannt. Gut, und das ist ein klein wenig mulmig, der Begriff, weil das Wort, was in der Offenbarung 13, Vers 16, 17 in Verwendung mit dem Mahlzeichen des Tieres verwendet wird, in der hebräischen Übersetzung der Offenbarung des Neuen Testamentes, das ist in Griechisch geschrieben, wurde aber natürlich in Hebräisch übersetzt. Und das Wort, was dort verwendet ist, das heißt Taf-Ha-Chaya und der Pass wurde umbenannt in Taf-Ha-Yarok, das heißt das grüne Mahlzeichen. So, kann man sehen, wie man will, kann man sagen, ist ernst zu nehmen oder nicht, aber in Israel heißt das, dieser Pass schon, das grüne Mahlzeichen. Ich finde das schon bemerkenswert und interessant, weil das, was da in Israel gerade läuft, ist wie gesagt ein Musterbeispiel für das, was für die Welt geplant ist, insbesondere natürlich die westliche Welt. Und kann durchaus sein, dass diese Entwicklung entsprechend zeitversetzt bei uns kommt. Im Althebräischen hat dieses Wort auch noch eine interessante Bedeutung. Es heißt nämlich, es ist das Zeichen eines vor Gericht gültigen Schriftstückes. Ja, also ein gültiges Schriftstück vor Gericht, also etwas, was verbindlich ist. So, ich sag mal, wie so ein Siegel oder sowas. Ja, also eben dieses Mahlzeichen. Okay, dann ist es so, dass diese Impfung nur für ein halbes Jahr gilt. Da muss neu geimpft werden und dann ist auch der Pass hinfällig. Also der verlängert sich immer so im Halbjahrestyrnus, wenn dann aufgefrischt wird. Also alle Benefits, die man hat, wenn man geimpft ist, verliert man nach einem halben Jahr, wenn man dann sagt, okay, ich will mich nicht weiter impfen lassen. So, man muss sich also künftig immer dieser halbjährlichen Behandlung unterziehen. Und ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, dass das natürlich in Deutschland und überall auch so ist. Diese Impfungen werden immer wieder und wieder kommen. Es ist nichts, was nur einmal ist, sondern was in gewissen Abständen eben immer wieder aufgefrischt werden muss. Und ich habe vorgestern oder vorgestern ein kurzes Interview von Söder gesehen oder eine Aussage von ihm. Da hat er gesagt, in den nächsten drei Jahren werden wir immer wieder impfen müssen. Und hat dabei diese Handbewegung gemacht. Ja, so, also es bleibt nicht beim einmaligen Impfschuss, sondern es ist eine Tür, die man öffnet. Und dann geht man eben in diese Impfstrafe, Straße hinein, Straße hinein, sorry. So, eine große Zeitung in Israel hat einen Bericht veröffentlicht, ganz offiziell, einen richtig großen Bericht. Im Februar in Israel haben sie darüber berichtet, 935 Menschen sind an Corona verstorben. Von denen sind 59 Prozent Ungeimpfte. Und 41 Prozent sind Geimpfte, die innerhalb einer Woche nach der Impfung verstorben sind. 41 Prozent der Corona-Toten sind in einer Woche nach der Impfung verstorben. Und dann sagt man, für die ist die Impfung leider zu spät gekommen. So wird das dann dargestellt. Darüber musst du dir selber deine Gedanken machen, wie du das siehst. Ähnliche Aussagen habe ich auch schon in der deutschen Presse gesehen. Ja, also wenn man nach der Impfung stirbt, dann ist leider, leider die Impfung zu spät gekommen. Gut. Und dann etwas sehr Uncooles noch. Etwas wirklich Uncooles. Und da bin ich hier mit meinem Bericht über Israel auch durch. Weil man davon ausgeht, dass dieser grüne Impfpass gefälscht werden kann, weil er die Möglichkeit ist, dass man den fälschen kann, diskutiert man bereits ganz offiziell darüber, welche Möglichkeiten es gibt, dass man dieses Problem beseitigen kann. Und da ist zu jedermanns Vorteil und zu jedermanns Sicherheit überlegt, dass man doch auch einen Chip nehmen könnte, den man implantiert, damit dort dann alles klar ist. Und der dann entsprechend auf jeden Fall nicht zu fälschen ist, sondern jeden Menschen entsprechend einmalig dann eben zugeteilt ist. Und ja. Gut. Bibelleser können sich ihren Teil dazu denken. Ich wollte das nur sagen. Das ist die aktuelle Situation in Israel. Ich habe auch einen Newsletter von Arnie Klein, einem eigentlich sehr bekannten israelischen messianischen Leiter, unten verlinkt. Schau es dir mal an. Er hat da auch was zu dieser ganzen Impfthematik in Israel gesagt. Gut. Noch ein paar andere kleinere Informationen, die ich einfach so weitergeben möchte. Ich habe gelesen, eine Schule, also so eine Schule, große Schule in Miami in den USA, die Center Academy, hat Folgendes gemacht. Sie hat ihren Lehrkräften dringend empfohlen, sich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen. Und sie haben gesagt, wenn die Lehrer dieser Empfehlung nicht folgen, wird ihnen jeder Kontakt zu den Schülern untersagt. Also wer geimpft ist, darf keinen Kontakt zu den Schülern haben. Also genau das Ding umgedreht, weil sie sagen, die Studien sind nicht abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass diese Leute, die geimpft sind, eben im Grunde genommen sogar noch gefährdeter sind, krank zu werden als die anderen. Und erst wenn die klinischen Studien beendet sind, können wir erlauben, dass geimpfte Menschen den Kindern nahe kommen. Also sowas gibt es auch. Das ist exakt genau 180 Grad entgegengesetzt von dem, was bei uns momentan läuft. Kann man drüber denken, wie man will, wollte dich nur drüber informieren. Dass es also auch komplett ganz andere Ansichten gibt. Dann gab es ein Buch von Carina Reis und Dr. Sucharit Bhakti. Dr. Bhakti ist ja sehr bekannt geworden in der Zwischenzeit durch seine kritische Sichtweise von der ganzen Corona-Thematik. Das Buch heißt Corona-Fehlalarm. Im Juni wurde das publiziert. Und es gibt jetzt ein neues, das erscheint am 10. Mai, nennt sich Corona Unmasked und ist ein Buch, wo man das auch als Laie lesen kann. Und er erklärt dort auch, wieso diese Problematik mit den Blutgerinnseln rein medizinisch da entsteht und was da eigentlich los ist und warum das so ist und was da passiert. Und das Interessante, deshalb sage ich das, ist, es gibt das Kapitel in dem Buch, was sich zum Thema Impfung beschäftigt, kostenlos zum Download. Den Link habe ich dir auch unten reingeschrieben, wenn dich das interessiert und du dir das mal anschauen willst. Da gibt es also dieses Impfkapitel, kann man sich also dort runterladen oder lesen, wie auch immer. Auch von dem Clemens Awai, der ist auch relativ bekannt als jemand, der sich kritisch mit der Thematik auseinandersetzt, ist im Februar ein Buch erschienen, heißt Corona, Impfstoffe, Rettung oder Risiko. Also wer da tiefer einsteigen will, es gibt da durchaus reichlich Material. Dann natürlich hier von unseren Freunden in Berlin, diese super Broschüre, ja, Wissenswertes zur Corona-Impfung. Diese Broschüre ist inzwischen über 250.000 Mal versandt worden. Und das ist wirklich eine sehr ausführliche, schöne, gute, auch nicht sehr aufgeregte oder irgendwie manipulative Broschüre, sondern richtig gut, sachlich, sauber. Und du kannst dir die besorgen, die gibt es kostenlos, ja, auch zum Weitergeben, auch in entsprechender Stückzahl bei Christen im Widerstand beziehungsweise bei Mandelzweig. Und das habe ich dir auch unten verlinkt. Ja, wir empfehlen dir sehr, dir diese Broschüre zu holen. Und wenn Leute in deinem Umfeld sind, die mit dem Thema Impfung da ein bisschen leichtfertig sind oder sich keine Gedanken machen, dass du dann einfach in so ein Ding in die Hand drückst, sagst, hier, wenn du willst, beschäftige dich mal damit. Wir wissen, viele Leute wollen das nicht. Die lehnen das pauschal ab. Die sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und ja, müssen dann natürlich auch gegebenenfalls die Konsequenzen tragen, wenn man sich nicht richtig informiert. Ich habe dir auch einen Link beigelegt von einem, wo du das PDF direkt dir anschauen kannst, wenn du dir das nicht bestellen willst. Einfach als PDF kannst du bei uns auf der Webseite runterladen. Alles in allem, unser Tipp bei dieser ganzen Impfthematik ist, warte. Warte. Sei nicht unvernünftig. Warte ab, was es an Meldungen gibt. Warte ab, was es an Rückmeldungen gibt. Warte ab, wie die ganze Sache sich entwickelt. Warte ab, was da passiert. Und bete wirklich darüber. Darüber. Wirklich. Es betrifft dich und deine Lieben. Es ist nicht einfach so eine Sache, wo man sagt, naja, ist ja egal, ist ja eine Kleinigkeit. Nein, du musst wirklich wissen, was du da machst, wenn du dich impfen lässt, beziehungsweise was du machst, wenn du dich nicht impfen lässt. Beides hat natürlich Risiken und Konsequenzen. Und du solltest wirklich diese Sachen prüfen. Ich weiß, viele Leute sagen, ich will einfach wieder meinen Spaß haben. Ich will wieder in den Urlaub fahren. Ich habe die Nase so voll von dem ganzen Kram. Impfung rein, Ruhe ist und ich habe mein Leben wieder. Prüfe, ob das wirklich so ist. Prüfe, ob das wirklich so ist. Weil die Problematik, dass man nach der Impfung ja noch ansteckend sein muss, die Maske haben muss, den Abstand warmen muss und so weiter, die ganzen Sachen noch einhalten muss, muss man eben auch berücksichtigen. Ja, bis jetzt ist es ja noch nicht so, dass man wirklich frei ist. Checkt das wirklich, welche Vorteile, welche Benefits dir die Impfung bringen. Ja, die Impfung ist ganz schnell drin. Und nie wieder draußen. Unser Tipp ist einfach, sei weise, warte ab, bete darüber und sei dir sehr, sehr bewusst, wenn du das machst. Und ich sage dir eins, hör nicht einfach auf irgendjemanden, der sagt, mach es. Hör nicht auf irgendwelche Politiker, hör nicht auf irgendwelche Ärzte, hör noch nicht mal auf irgendwelche Pastoren. Prüfe es selber. Es geht um dich. Es geht um deine Familie. Es geht um deine Ehe, deine Lieben und so weiter. Sei weise. Wenn du sagst, Impfung ist gut, ist für dich super, ist alles in Ordnung, aber dann geh auch mit dieser Überzeugung, mit dem Herrn da hinein, sei dir bewusst, was ist. Und wenn du sagst, ist nicht mein Ding, dann ist es auch okay. Es muss etwas sein, was für jeden persönlich einfach, was er prüfen muss. Und ich bin überzeugt, dass keiner das Recht hat, den anderen zu verurteilen, den anderen zu beschimpfen, den anderen zu diffamieren oder zu verunglimpfen, was leider durchaus vorkommt. Ja, vor allen Dingen aus der Richtung derjenigen, die geimpft sind und die anderen wie in Israel als den neuen Feind sehen. Also von daher einfach ein paar Gedanken zu diesem Thema. Dann habe ich dir hier noch ein Bild mitgebracht zum Abschluss. Das ist ein Bild, was die Nicht-Infizierten in Deutschland zeigt. Ist ja auch mal interessant, das von der Richtung her zu sehen. Also die Nicht-Infizierten, weil bis jetzt wird ja immer und immer von den Infizierten und so weiter nur gesprochen und die in entsprechenden Grafiken dargestellt. Hier hast du die Nicht-Infizierten und dann noch ein Bild. Da steht drüber, was oder wie die Medien auch berichten könnten. Ja, du kennst vielleicht diese Darstellung in den Medien. Man könnte es ja auch so darstellen, denn das ist auch die ganze Situation, der momentane Stand in Deutschland mit der ganzen Corona-Problematik. Wie gesagt, im Text, unten im Beschreibungstext haben wir noch verschiedene Links zu unserem Video, was wir im Januar dazu gemacht haben. Verschiedene Infos noch zu Impfnebenwirkungen und so weiter. Auch von rechtsanwaltlicher Seite. Auch ein paar Sachen, die sind ernst zu nehmen. Wirklich, wo es dann schon Leute gibt, Top-Virologen gibt, die sagen, hier Achtung, Achtung, hier gibt es ein Riesendrama. Kann das sein? Dann auch diese Thematik mit den mRNA-Impfstoffen nochmal. Ein Kinderarzt, was der dazu sagt. Auch zu Israel mit dem grünen Pass nochmal. Und ja, das war das, was wir dir einfach weitergeben wollten. Wir haben auch diese Screenshots, die ich dir von dieser Webseite hier von dem Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen. Aha, habe ich dir auch verlinkt. Also wenn du dir das anschauen willst, kannst du da reinschauen und sich einfach weiter mit der Thematik beschäftigen. Wie gesagt, von unserer Seite aus, der wichtigste Rat ist, bete drüber. Lass dich nicht von irgendjemand beschwätzen dafür oder dagegen, sondern sei weise. Herr, und das ist genau unser Gebet, was wir vor dich bringen wollen. Das ist eine Thematik, die so stressbeladen ist, wo so viel Angst ist, wo so viel auch Manipulation ist, wo so viel Propaganda ist und wo auch manche Leute, ohne zu wissen, was es auch für rechtliche Konsequenzen haben können, wenn sie so andere beratschlagen oder manipulieren, sich einfach impfen zu lassen. Ja, Pastoren gerade, die die Leute dazu anwerben, ohne sich bewusst zu sein, was das eventuell für Konsequenzen hat. Ja, wir beten dafür, dass du Weisheit gibst. Wir beten dafür, dass in diese ganze Diskussion einfach dein Geist reinkommt und dass du dein Volk schützt, dass du Weisheit gibst in dieser ganzen Thematik. Ja, und wir beten dafür, dass dieses Ding nicht die Kraft hat, die Christenheit zu zerteilen in zwei Lager. Die einen, die die Impfung gutheißen und die anderen, die sie verdammen, sondern dass deine Hand auf deinem Volk ist. Wir beten dafür, dass du Gnade schenkst, dass du Weisheit schenkst und wir beten für all diejenigen, die mit diesen Impfnebenwirkungen einfach zu kämpfen haben, die da zu leiden haben, die da in einem entsprechenden Problem sind. Wir sprechen aus, dass Heilung hineinkommt, Segen hineinkommt, Versorgung hineinkommt und dass einfach das, was momentan in dem ganzen stressbeladenen Bereich ist, dass du mit deinem Segen und deiner Hilfe dort einfach deine Gnade schenkst. Amen. Musik 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 Vielen Dank.